Musik 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 Wir können den Wagen mit der App holen, ne? Ja, da habe ich so ganz tolles Telefon und dann kann ich das Fahrzeug anfordern Jetzt habe ich gedrückt und das Fahrzeug fährt jetzt los Oh ja! Die Kunst wird wirklich die Kommunikation von dem Auto zu der Umwelt Und dass der Wagen jetzt hier alleine hergefahren kommt und uns quasi vom Geschäftstermin hier aufliest Aber wenn wir mal schauen, was wir heute schon können Wenn man heute mit der S-Klasse in Stuttgart am Flughafen vorbeifährt zum quasi im Stau fahren Der Stress, der durch den Stau ausgelöst wird, der ist schon sehr zurückgegangen und es macht richtig Ich will nicht sagen Spaß Aber es ist nicht so unangenehm, mehr in einem Stau zu stehen Das stimmt Es wird einem einfach viel abgenommen Ja, das stimmt Es ist ein richtig gutes Gefühl mittlerweile Jetzt sehe ich, weil er weiß jetzt wo wir gestanden haben Also macht ja auch keiner, er hupt nicht, blinkt nicht Aber wir sehen ja, er ist da Wir sehen, er ist da Und dann wartet er quasi auf uns Er erkennt uns jetzt Und er wird jetzt auch uns sagen, ob wir denn jetzt wirklich über die Straße gehen können Indem er uns jetzt Please go ahead Mit uns redet Dass wir wirklich jetzt die Straße überqueren können Das ist quasi eine Art der Kommunikation, die wirklich wichtig ist Normalerweise würde ich, wenn ich jetzt die Straße überquere, würde ich Blickkontakt aufnehmen mit dem Fahrer Der Fahrer gibt mir ein Zeichen Du kannst gehen oder ich will weiterfahren Jetzt muss jetzt das Auto übernehmen Wir haben uns genau darüber Gedanken gemacht Und dazu kann natürlich der Laser als System eine Möglichkeit sein Das Fahrzeug hat im Vorfeld eben erkannt, dass die Situation sicher ist Dass ein Fußgänger in diesem Fall die Fahrbahn überqueren kann Und dann wird eben dieser Zebrastreifen angezeigt Und das Loslaufen wird eben unterstrichen Dadurch, dass der Zebrastreifen von weiß auf grün schaltet Und dann eben beginnt sich zu bewegen Entsprechend der vorberechneten Bewegungsrichtung des Fußgängers Und jetzt könnte man rüber gehen Jetzt könnte man rüber gehen, genau Und stellen Sie sich vor, ein Fahrzeug selbstfahrend hat den Wunsch einzuparken Und muss uns natürlich darüber auch informieren Und das kann auf diese Art und Weise angezeigt werden Nämlich indem eben der Pfeil anzeigt in Verbindung mit diesem P Dass der Parkplatz auf der rechten Seite liegt Und wir eben wissen, wenn wir hier an dieser Stelle stehen Passiert uns nichts, wir werden nicht überfahren, klar Das Fahrzeug hat den eindeutigen Wunsch geäußert Zu parken und das wird es dann auch tun Wir Menschen haben Blickkontakt und können uns über Gestik austauschen Die Möglichkeit sollte ein autonom fahrendes Fahrzeug unserer Meinung nach auch haben Und der Laser als Technologie ist ein Angebot eben diesen Austausch zu ermöglichen Es wird eine lange Phase geben, wo es ja beides geben wird Dass Fahrzeuge geben wird, die ganz normal konventionell fahren werden Und Fahrzeuge, die autonom fahren werden Und dieser Lichtbetrieb wird sich nachher ausverurteilen, wenn man sich tönt Ja, wir schneiden uns an Das gehört auch dazu, weil auf das Anschnallen kommen wir nicht vorbei Wie ist jetzt in der Physik, kann auch das autonome Fahrzeug hinter dieser Kraft setzen? So, jetzt gehen die Türen zu Und schon sind wir in unserer neuen Welt So quasi Jetzt sieht man ja auch die Displays auf der Seite Ich drücke jetzt da mal drauf Jetzt sieht man, jetzt ist da ein Menü gekommen Und jetzt können wir mal gucken Wie wir hier starten Jetzt sieht man ja, dass hier das Fahrzeug schön dargestellt ist Dann haben wir hier die Uhrzeit Dann gibt es den Gauknopf Und mit dem Gauknopf können wir jetzt mal gucken Was passiert? Genau Und wenn wir jetzt den Gauknopf starten, dann geht es wirklich los Und dann starten wir jetzt So, jetzt haben wir jetzt aufgedrückt Oh ja Das tut sich was, ne? Und man sieht es doch ganz kopfvertraben, so, ne? Definitiv, definitiv Man hat viel Platz vor sich Als quasi Fahrer, der man eigentlich nicht mehr ist Wir können uns ja alles schön unterhalten Ja, ist wie ein rollender Quarkant, kann man sagen Genau Und er schreicht, wenn wir uns dann nachher nochmal weiter bewegen Dann wird der ganze tolle Innenraum nochmal besser zum Vorschalter Mein Name ist Ratko Jagaditsch Und ich bin ein Senior Interaction Designer Meine Aufgabe war eigentlich für dieses Fahrzeug eine Interface für das Dashboard mit Eye-Tracking und Gesture Interactions Die Fahrzeug versteht eigentlich, was ich da schaue Und, ähnlich wie Menschen, wenn ich etwas schaue, wenn ich etwas schaue, ich spreche, meine Intent von Interacting mit dem So, wenn ich mit Ihnen spreche, ich sehe, und ich sehe, dass alle meine Gestures und meine Voice und meine Speech ist eigentlich direkt auf Sie Okay, ich sehe, ich sehe, und deswegen, ich bin interessiert in Kontrollen die Center So, we have simple Gestures A combination of Eye-Tracking and Hands that allow you to control different parts of the car So, when I pull my hand back it's a natural gesture like moving the map closer to you Yeah So, it's to see more detail, right? Or, I'm actually pushing away from me just like you would a physical map you push it away from you to see high level perspective Quick overview, yeah Right So, in this way, a combination of Eye-Tracking and Gestures it's kind of a natural interaction you just look at it and it's a simple interaction with your hands and actually you can hear it getting louder or quieter, right? When I'm done setting the volume I just put my hand down and go back to reading newspapers or, you know, using my iPad of the future or whatever that might be Auch sehr wichtig ist nämlich, dass man wirklich durchdiskutiert wie soll ein Roboterauto, ein autonomes Fahrzeug in unterschiedlichen Situationen reagieren Dazu gibt's jetzt die Möglichkeit dass ich diese Roboter an beliebige Stellen im Raum aufstelle und beliebige Identitäten annehmen können Zum Beispiel, ich habe jetzt hier mal einen fiktiven Shared Space und ich habe hier jetzt mal unterschiedliche Charaktere ich habe hier ein normales Auto ich habe hier eine erwachsene Person ich habe hier ein selbstfahrendes Auto ich habe ein kleines Kind und ich habe zum Beispiel ein Fahrrad und zum Beispiel, ich kann jetzt das kleine Mädchen fragen was ist deine Intention? Und dann sieht man die Intention des Mädchens scheinbar zum, da hinten zum Erwachsenen vielleicht ist es der Vater oder die Mutter zu laufen beziehungsweise ich kann auch hingehen und das selbstfahrende Auto hier fahren was ist deine Intention? Mhm Dann sieht man hier zu einem Parkplatz zu kommen und anscheinend hier sind die Parkplätze und dort sozusagen die Bewegung zu finden Gut und dann können wir uns anschauen was dann passiert Also ich starte das jetzt einmal Weil die Wege würden sich ja kreuzen Ja zum Beispiel In dem Fall ja Also das Kind läuft zum Vater das selbstfahrende Auto erkennt dass es ein Kind ist blendet den magischen Zebrastreifen ein wartet auf eine gewisse Distanz dass das Kind vorbei ist geht weiter oder fährt weiter versucht den ganzen anderen Verkehr zu umfahren und endet dann quasi auf diesen Parkplatz hier Auf der einen Seite zeigen wir natürlich rein optisch zeigen wir diese Vision Ja Technologisch haben wir natürlich die heutige Zeit hier installiert Ja natürlich Und das sieht man daran dass wir eine Computerleistung hier an Bord haben die ist unvorstellbar das hätten wir uns selber vor 2, 3, 4 Jahren noch gar nicht vorstellen können dass wir mal so ein komplexes Auto gemeinsam bauen das so dermaßen viel kann Nun muss sich aber auch die Technologie weiterentwickeln Ja natürlich Davon gehen wir aber aus dass diese Technologie dann in 20, 30 Jahren dann es ermöglicht in diesem Auto dann ganz kompakt und ganz klein zu sein damit wir noch weitere Vorteile natürlich mit dem Fahrzeug nutzen können Natürlich realisierbar in Sachen Kosten weil wenn will man das natürlich nicht nur Packaging, Platzbedarf Ja alles was dazu gehört Genau Das gehört ja alles mit dazu Und schon sieht die Welt ganz anders aus Ja Völlig verrücktes Fahren Ja Weil man sitzt jetzt wie im Zug quasi Ja genau Privater Learjet Ja Manifest Genau Genau Learjet auf den Träger Ich muss nicht fahren Ich kann mich auch mit dem Rücken in den Verkehr ergeben und abschalten Ja Jetzt sind wir natürlich schon so manchen Kilometer zusammen Richtig ganz gefahren Ja Man gewöhnt sich natürlich auch Das ist Vertrauensfrage Sehr ganz genau Sehr schnell dran Und wir vertrauen natürlich dem Fahrzeug auch Ja Aber ich finde sie machen das schon ganz toll wie schnell sie sich daran gewöhnt haben praktisch auch in dieser Position entsprechend zu entspannen Ja Ja der Erfinder des Automobils Da habe ich natürlich dann Grundvertrauen Ja Ich denke also mein Minifazit ist man kann so fahren und es so aushalten Also sehr sehr schön Wir haben gesagt es ist ein Vorschlag wie wir uns die Vision vorstellen können wie wir in 20 Jahren Genau Adäquat mit einem Auto fahren können Luxuriös mit viel Platz im Innenraum Mit einem hohen Komfort Einfach klassisch Mercedes Das ist klassemäßig Genau Und genau diese Anregung Diese Anregung auch an die Gesellschaft Wie gehen wir denn damit um Was müssen wir denn alles regeln um in 20 Jahren so fahren zu können Das ist unser Ansinnen Damit eine Diskussion in Gang kommt Ja Genau Diesen Weg vorzubekommen Danke 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 Dank Untertitelung des ZDF, 2020